Hallo zusammen! In unserem heutigen Video bringen wir euch nützliche Vokabeln bei, um einen Brief zu schreiben. Fangen wir an! Sehr geehrte Frau! Sehr geehrter Herr! Guten Tag, Herr Müller! Guten Tag, Herr Müller! Sehr geehrte Damen und Herren! Sehr geehrte Damen und Herren! Sehr geehrter Herr Dr. Schmidt! Sehr geehrter Herr Dr. Schmidt! Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Brecht! Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Brecht! Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Prof. Futterknecht! Sehr geehrter Herr Professor Futterknecht! Sehr geehrte Frau Rechtsanwältin Neubauer! Sehr geehrte Frau Rechtsanwältin Neubauer! Liebe Frau Müller! Liebe Sarah! Lieber Michael. Hallo Sarah. Hallo Martin. Hallo mein Lieber. Hallo mein Lieber. Hallo mein Liebling. Mein lieber Schatz. Hallo meine Süße. Hallo mein Süße. Lieber Max und Martin. Liebe Maria und Sarah. Liebe Maria und lieber Max. Liebe Maria, ich schreibe Ihnen, weil... Ich war so beschäftigt in letzter Zeit. Ich war so beschäftigt in letzter Zeit. Ich nehme Bezug auf Ihr Schreiben vom... Ich nehme Bezug auf Ihr Schreiben vom... Ich habe folgendes Anliegen. Ich habe folgendes Anliegen. Ich hoffe, dass Sie einen herrlichen Sommer verbracht haben. Ich hoffe, dass Sie einen herrlichen Sommer verbracht haben. Ich bin froh, dass wir uns schreiben. Ich bin glücklich, dass wir uns schreiben. Ich hoffe, dass Sie sich besser fühlen. Ich hoffe, dass Sie sich besser fühlen. Ich würde gerne wissen. Ich würde gerne wissen. Vielen Dank für Ihre schnelle Rückantwort. Vielen Dank für Ihre schnelle Rückantwort. Bitte antworte mir schnell. Bitte antworte mir schnell. Ich hoffe, Sie antworten mir bald. Ich hoffe, Sie antworten mir bald. Ich hoffe, Sie antworten mir bald. Im Anhang finden Sie... Im Anhang finden Sie... Ich freue mich auf deine Antwort. Ich freue mich auf deinen Brief. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe mit freundlichen Grüßen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe mit freundlichen Grüßen. Mit besten Grüßen. Mit herzlichen Grüßen. Mit freundlichen Grüßen. Mit freundlichen Grüßen. Mit freundlichen Grüßen. Liebe Grüßen. Liebe Grüße. Viele liebe Grüße. Viele Grüße. Alles Liebe, alles Liebe, beste Wünsche, beste Wünsche, in Liebe. Das war's für heute. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Lasst uns einen Like und einen Kommentar da und folgt unserem Kanal. Bis zum nächsten Mal.